Ich wollte mit dem ganzen Anschlag doch nur größeres Blutvergießen verhindern. Vergesst nicht, dass ein jedes Volk diejenige Regierung verdient, die es erträgt. Es wurde Zeit, dass etwas getan wird. Es war mir ein innerer Reichsparteitag. Lachen 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 Fuck you, fuck you, fuck you very, very much Cause we hate what you do and we hate your whole crew So please don't stay in touch